Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute bekommst du von mir sechs Tipps, wie du auch bei knalligem Sonnenschein schöne Fotos machen kannst. Es lohnt sich in jedem Fall dran zu bleiben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Inhaber der FF-Fotoschule. Wir machen Fotokurse, Fotoworkshops, Fotolive-Webinare und Fotoreisen. Und bei all diesen Veranstaltungen kommt es auch immer wieder vor, dass wir nicht zum optimalen Licht am optimalen Spot stehen können, weil es einfach die Location nicht hergibt, die Reiseroute nicht hergibt, der Zeitplan nicht hergibt oder ähnliches. Du kennst das sicherlich aus deiner eigenen Erfahrung. Und da gibt es ja viele schlaue Sprüche. Sei es sowas wie, zwischen zwölf und drei hat der Fotograf frei. Oder Sonne lacht, nimm Blende acht. Oder, ich glaube, es ist dieser Spruch, über die Sonne sollst du fluchen und lieber den Schatten suchen. Also Dinge, die dir suggerieren, Achtung, die Sonne scheint und du kannst kein ordentliches Foto machen. Das stimmt aber natürlich nicht und heute möchte ich dir sechs Tipps mit auf den Weg geben, wie du vernünftig die Sonne nutzen kannst, um trotzdem zu einem guten Bildergebnis zu kommen. Wir kommen zu Tipp Nummer eins und der betrifft den Winkel, in dem die Sonne steht. Natürlich ist es relativ schwierig zu fotografieren im Sonnenschein am Äquator, wenn die Sonne senkrecht über dir steht mittags. Das ist in allen Richtungen kein gutes Licht, sondern ein sehr hartes Licht von oben. Da habe ich auch einen Tipp für dich, wie du das regeln kannst, nämlich Tipp Nummer vier. Aber normalerweise hat halt die Wirkung des Bildes und die Wirkung des Lichts durchaus was mit dem Winkel der Sonne zu tun. Je flacher die Sonne steht und je ungewöhnlicher, könnte man fast sagen, sie zu deinem Objekt, deinem Motiv steht, desto eindrucksvoller und desto besser werden in der Regel auch deine Fotos. Also, wenn die Sonne tief steht, hast du in der Regel Sonnenauf- oder Sonnenuntergangsstimmung oder eben, wenn du irgendwo Richtung Polarkreis unterwegs bist, auch gerne über einen sehr langen Zeitraum Sonnenaufgang- oder Sonnenuntergangsstimmung. Und dieses flache Licht sorgt natürlich für verschiedene Effekte. Das sorgt, dass wenn es von der Seite kommt, du ein sehr schönes Streiflicht hast. Das sorgt, wenn du direkt rein fotografierst, also in den Sonnenauf- oder Sonnenuntergang, dass du eine richtig klasse Gegenlichtsituation hast. Und das ist eine sehr schöne Lichtrichtung. Die Sonne im Rücken ist meistens nicht ganz so eine schöne Lichtrichtung, aber die Sonne im Gegenlicht ist oft eine sehr schöne Lichtrichtung. Und bei diesem sehr flachen Licht hast du einfach gute Farben. Kennst du vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Schöne Farben, schönes Licht und gute Bedingungen. Es ist nur nicht ganz so einfach zu fotografieren, denn du fotografierst entweder in die Sonne rein oder eben seitlich mit der Sonne. Auf alle Fälle, wenn du die Sonne rein fotografierst, ist der Himmel und damit auch, also die Sonne und damit auch der umgebende Himmel relativ hell. Da wirst du irgendeine Technik anwenden müssen, HDR, Belichtungsreihen, oder aber Verlaufsfilter, Grauverlaufsfilter verwenden müssen, um den Himmel abzudunkeln. Aber es ist auf alle Fälle eine sehr schöne Möglichkeit, natürlich bei Sonne zu fotografieren. Du brauchst nicht auf den Wölkenden Himmel warten. Dann machen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge oft ganz wenig Sinn. Aber wenn die Sonne scheint, dann eben Morgen- oder Abendsonne benutzen. Und Winkel spielt aber auch noch gerade eben von der Seite oder also von vorn oder von der Seite. Und von der Seite kriegst du halt ein Streiflicht. Das heißt, du kriegst viel Strukturen. Du kriegst Tiefe ins Bild. Du kriegst in Flächen, also in Objekte, die eher so ein bisschen flächig aussehen, schön durch Streiflicht, Struktur rein. Das sieht sehr, sehr gut aus. Mein Tipp, den Winkel der Sonne beachten. Tipp Nummer zwei. Die Sonne einfach nicht mit ins Bild nehmen. Also wie oft sehe ich euch da draußen, ihr fotografiert und dann steht die Sonne irgendwo und ihr gerade, wir Kerne, Ultraweitwinkel, alles schön drauf, Sonne im Bild, bub. So. Die Sonne im Bild bedeutet halt immer auch einen sehr hellen Punkt im Bild. Und das bedeutet auch immer, dass die Kamera aufgrund ihres Dynamikumfangs, also der Möglichkeit, die der Sensor bietet, zwischen dem dunkelsten Wert und dem hellsten Wert, Schwierigkeiten hat, die Sonne irgendwie sauber abzubilden. Und wenn man ganz ehrlich ist, wir können mit dem Auge auch nicht in die Sonne gucken. Ja, also wir sehen auch nicht die Sonnenoberfläche und diese blubbernde Lava, die da drauf ist, wenn wir mit dem Auge in die Sonne gucken, dann ist es verdammt hell dort oben. Das heißt, wenn du die Sonne nicht mit ins Bild nimmst, hast du sofort natürlich diesen hellen Fleck nicht. Und ja, das sorgt oft trotzdem für gutes Licht. Machen wir uns jetzt vor, wenn die Sonne nicht im Bild ist, aber scheint, kann es trotzdem sehr, sehr schönes Licht geben. Denn du hast vielleicht einen besonders blauen Himmel. Du hast vielleicht besonders schön warmes Licht auf dem Motiv, also auf deinem Fotoobjekt, weil die Sonne tief steht und schon Sonnenuntergangslicht macht mit einem relativ warmtonigen Licht. Es ist halt oft eine sehr, sehr gute Möglichkeit, bei Sonne zu fotografieren, aber die Sonne einfach nicht im Bildausschnitt zu haben. Wie kannst du das erreichen? Gut. Die einfachste Lösung ist, du hast ein enges Tele. Du bleibst da stehen, wo du stehst, du zoomst rein und dann verschwindet aus dem sehr weitgehenden Foto, wo die Sonne da oben steht, indem du auf eins der Objekte im Bild raufzoomst, die Sonne aus dem Bildausschnitt. Mehr Tele-Brennweite, zoomen, Tipp Nummer eins, um die Sonne nicht im Bild zu haben. Tipp Nummer zwei, um die Sonne nicht im Bild zu haben, die Sonne einfach in eine andere Richtung haben. Also du fotografierst da da und die Sonne steht da. Ja, also genau hinter dir, habe ich schon mal gesagt, ist vielleicht nicht ganz so dolle vom Licht, weil das ein sehr plattes Licht macht, aber so ein bisschen schräg hinter dir. Oder seitlich, aber du fotografierst halt da. Alles ist wunderbar, kein Problem, Sonne nicht im Bild, kann man sehr gut machen. Du kannst den Himmel nicht mit ins Bild nehmen, dann ist auch die Sonne nicht mit im Bild. Du fotografierst ein Objekt, gehst so nah ran oder nimmst so viel Tele-Brennweite, dass das Objekt mehr als formatfüllend im Bild ist. Häuserfassade. Oder, keine Ahnung, Löwenkopf. Irgendeines dieser Motive und was du vor dir hast und zooms so stark rein, dass der Himmel gar nicht mehr im Bild ist, auch alles gut. Oder aber, du kannst natürlich auch das Motiv, also dein Hauptmotiv, vor der Sonne platzieren, sodass dein Motiv die Sonne verdeckt. Das kannst du durchregeln darüber, dass du dich selber bewegst und dafür sorgst, dass dein Motiv vor der Sonne ist. Oder aber, du kannst vielleicht davor halten, wenn es was ist, was du halten kannst. Du kannst das hin dirigieren, wenn es eine Person ist. Auf alle Fälle das Objekt vor die Sonne machen. Das sorgt auch dafür, dass die Sonne nicht im Bild ist und trotzdem natürlich das Licht der Sonne. Das alles wäre mein Tipp Nummer 2. Die Sonne einfach gar nicht im Bildausschnitt platzieren. Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 ist, stark abblenden, die Sonne nutzen, Sonnensterne erzeugen. Jetzt machen wir einen ganz kurzen Ausflug in die Welt von Blende und Belichtungszeit. Also, die Blende ist die Öffnung im Objektiv. Und die Blende ist die Öffnung im Objektiv, das heißt, da, wo das Licht durchfällt, um dann hinterher, wenn der Verschluss geöffnet ist, beim Auslösen auf den Sensor zu fallen. Und diese Blende im Objektiv kannst du groß oder klein machen. Eine große Blende lässt viel Licht durch und sorgt für eine geringe Schärfentiefe. Machen wir mal in einem anderen Video. Eine kleine Blende lässt wenig Licht durch, sorgt für eine hohe Schärfentiefe, also von 4 bis zum Horizont, ist im Maximalfall alles scharf. Und diese Blende ist eben kein kreisrundes Gebilde, sondern diese Blende ist ein Gebilde, was aus Blendenlamellen besteht, also aus einem Vieleck. Dieses Vieleck hat Übergänge. Und jetzt schieben die sich so ineinander und werden immer kleiner, das Loch wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und sagen wir mal, du würdest eine sehr stark abblenden bei deinem Objektiv, hättest gleich ein Objektiv, was so Blende 16, 22, 32 liefert, sagen wir mal Blende 22, dann ist die Öffnung im Objektiv winzig klein, eher so wie ein Stecknadelkopf. Und an diesem Stecknadelkopf hast du diverse Übergänge von den einzelnen Blendenlamellen. Und an diesen Übergängen bricht sich das Licht. Das tut es auch, wenn die Blende offen ist. Aber wenn die Blende sehr klein ist, bricht es sich da sehr scharfkantig. Du hast vielleicht im Physikunterricht damals aufgepasst und gehört, wenn Licht auf einen schmalen Spalt fällt, dann wird es abgelenkt. Und das passiert genau an diesen Stellen, an den Übergängen der Blendenlamellen. Hast du eine gerade Anzahl von Blendenlamellen, dann überschneiden sich die gegenüberliegenden Strahlen, die an diesen jeweiligen Übergängen entstehen. Das heißt, du kannst, wenn du eine gerade Anzahl an Strahlen um deinen Sonnenstern hast, genau nachzählen, wie viele Blendenlamellen sind es. Wenn du eine ungerade Anzahl um deinen Sonnenstern hast, dann hast du genau doppelt so viele Strahlen wie Blendenlamellen. Weil dann überlagern sich, weil die nicht gegenüberliegen, die strahlen nicht, sondern sie sind halt versetzt. Und dadurch kannst du schon mal, wenn du Bock darauf hast, auszählen, wie viele Blendenlamellen hat mein Objektiv eigentlich. Hersteller tun alles Mögliche, um das sogenannte Bokeh, machen wir auch in einem anderen Video, zu verbessern. Und damit auch die Blendensterne möglichst scharfkantig oder möglichst weich zu machen. Es gibt alle möglichen Tricks, die dabei zu beachten sind. Du kannst auf alle Fälle Sonnenschein für dich nutzen, wenn du die Sonne im Bild haben möchtest oder musst oder es sinnvoll erscheint, eben indem du stark abblendest, die Blende stark schießt, Blendensterne zu erzeugen, also sternförmige Strahlen um die punktförmige Lichtquelle und darüber dafür sorgen, dass die Sonne einen gewissen Effekt hat. Merke dir, je mehr du abblendest, desto mehr Sternen bekommst du. Ein Tipp wäre, halte die Frontlinse möglichst sauber, weil jeder einzelne Staubkorn, wenn du stark abblendest, sorgt für Flares im Bild, also für Unreinheiten, für Lichtflecken. Und es muss auch nicht immer die gesamte Sonne im Bild zu sehen sein, sondern wenn die Sonne irgendwann an einem Objekt vorbeilunst oder am Bildrand platziert ist oder so etwas, dann ist der Stern schöner meistens, weil er kleiner ist und scharfkantiger, als wenn du sie mitten auf der freien Fläche im Himmel hast. Und die Streulichtblende schadet dabei beim Gegenlicht fotografieren auch nicht. Das Ganze gilt übrigens nicht nur für die Sonne, sondern auch für jede andere punktförmige Lichtquelle, besonders bei Nacht- und Blaustundeaufnahmen ist das durchaus Thema Abblenden und Sterne, um Lichtquellen zu erzeugen. Das waren meine drei Tipps zum Thema bei Sonnenschein gute Fotos machen. Jetzt wirst du dich fragen, Frank, du hast am Anfang des Videos gesagt, das sind sechs Tipps. Das stimmt auch, es sind sechs Tipps. Allerdings habe ich einen sehr ausführlichen Blogartikel geschrieben. Da siehst du zu all diesen Dingen auch nochmal weitere Fotobeispiele. Da ist genau beschrieben, eine Anleitung, was musst du machen, Schritt für Schritt, um das Ganze für dich zu nutzen. Und da sind auch die drei weiteren Tipps nachzulesen. Du findest das Ganze hier oben in der Infocard und natürlich hier unten in der Videobeschreibung den Link zu meinem Blogartikel. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du nochmal rüber switchst, denn es sind noch drei weitere sehr gute Tipps, wie du bei Sonnenschein richtig gute Fotos machen kannst. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Geh raus fotografieren und wenn dir das Format gefallen hat, schreib es super gerne in die Kommentare. Wenn dir der Blogartikel zusätzlich zum Video geholfen hat, viele von euch lesen ja auch gerne oder gucken gerne mal was nach oder schauen sich ein Bildbeispiel in Ruhe und in Größe an, schreib es auch gerne in die Kommentare. Dann mache ich sowas in der Zukunft gerne mal wieder in dieser Ausführlichkeit. In diesem Sinne, haben wir eine richtig gute Zeit. Geh raus fotografieren und dann immer schöner denken. Wir zwei, wir sehen uns bei uns im Blog und natürlich auch hier auf dem Kanal wieder.